eine stunde 15 minuten zirka nehmen wir bereits auf und ich würde sagen weil wir so gut drauf sind machen wir das oder brechen wir die aufnahme session hier auch nicht verriegelt was erwartet uns in dieser halle eigentlich hatten wir doch jetzt wirklich alle monster viecher die man sich vorstellen kann und hier sind wir wohl endlich bei der endstation angekommen ach du kacke oh man oh man wir nehmen erst mal alle sachen mit wir müssen hier wieder durch einmal schnell rüber seid ihr tot wollte ich doch gar nicht ich wollte schauen ob ihr tot seid du bist tot du bist tot alle tot okay da ist nichts dann durchforsten wir nochmal diese gegend sehr schön hat sich gelohnt ach können wir wieder nichts mehr mitnehmen was hätten wir denn hier noch sehr gut das passt noch passt auch energieknoten können wir jederzeit einpacken war hier vorne nicht noch was da ne boah hab ich doch gleich gesehen hätten wir noch ein kleineres nö ja dann entfernen wir die ripper klinge ich glaube die benötigen wir jetzt eigentlich nicht mehr bei den großen viechern zu marker komm weiter geht's wir sind hier doch noch nicht in der letzten halle mindestens einmal müssen wir noch weiter rücke hoch marker weiter und hier wieder rein sehr schön dann aufladen öffnen und schließen das war ne ruhige halle das kann ja nicht schaden was haben wir nun ach du heiliger nein tot bist du tot bist du tot wir laufen mal kurz hin seid ihr tot ok was trotzdem hätten sie jetzt zugebissen wir können die ganze munition gar nicht mehr tragen Freunde wir sind zu gut wir sind zu sparsam und jetzt müssen wir den marker wohl ganz durchschieben oh nein oh nein oh nein nein komm her ok erstmal in die ecke hier so kommst du schneller ho den haben wir gleich geteilt und jetzt oh nein schön nachladen einsammeln und dann die äh drei geht rauf ah daneben schön haben wir haben wir auch so keine Probleme das hätten wir ist hier noch was gutes drin was wir mitnehmen könnten nö ja medipäckchen brauchen wir erstmal gar nicht aha besuch so der ist erledigt weiter geht's wann kommen die nächsten Arme oh oder andere Viecher komm schon nein oh reicht jetzt hier aber auch was ist das da für ein Raum erstmal den marker durchschieben machen wir machen wir schnell 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 Schlussspurt Schlussspurt egal was passiert komm ok da kommt jemand haben wir ein päckchen reinschmeißen aktivieren der marker er wird übergeben Aufgabe erfüllt wir gehen mal hier rein Nicole und zusammen hey oh oh haben wir es geschafft Notfall bioorbitale Schwerkrafthalterungen offline tektonische Ladung gelöst auf Prall in Kürze sofort in Sektorräumen äh schnell vielleicht hier rein kacke nein nein kontaminationszyklus aktiviert ups oh 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 Isaac du hast doch nicht im Ernst gebraucht ich würde ein bisschen weggehen oder das kann ich nicht der Marker kommt mit mir so eine Schande ich bin gerade an dich zu lösen auch wenn er nicht ganz richtig im Kopf fällt das soll ich werden Klausel bin ich sieh dich doch nur an oder wird man auch sieh dir das Video von der Kamin an und diesmal solltest du es bis zum Ende kommen Isaac ich bin's ich wünschte ich könnte mit dir reden es tut mir alles so schrecklich leid ich wünschte ich könnte mit irgendjemandem reden alles bricht zusammen es ist kaum zu glauben was hier vor sich geht ist schon seltsam so ein kleines Ding jetzt endlich läuft es doch auf dieses andere kleine Ding hinaus so ein kleines Ding ach du scheiße ich wollte nicht dass es so endet oh nee ich wollte dich nur noch einmal sehen es tut mir leid ich habe dich geliebt ich habe dich immer geliebt immer geliebt oh Nicole wir lieben dich wir haben dich auch immer geliebt siehst du du bist geistesgestört wie kein wie der Captain die Chor ist schon lange zu uns was immer du gesehen hast wurde davon hervorgerufen du warst deine Schachfigur aber keine Sorge es ist jetzt in sicheren Händen weit weg von diesem gottverstandenen Ort das kann doch alles nicht wahr sein Nicole scheiße das kannst du vergessen lauf 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 was ist das denn jetzt hier hier kann man wieder nicht sprinten komm schon komm schon irgendwas prallt da jetzt auch noch auf dem Planeten auf wir müssen hier weg wir müssen schleunigst hier raus mach 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 man Isaac du kannst hier ruhig mal sprinten das gibt es doch gar nicht nur weil der Boden ein bisschen schmutzig ist los verdammt 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 oh nein 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 oh wieso ist hier schon wieder so viel zum einsammeln kommen noch mehr Monster Freunde da können doch nicht noch mehr sein los Kontrollraum ist tot was machen wir jetzt boah jetzt mal hier rein so was haben wir hier gar nichts war das der Raum in dem wir vorhin schon standen genau das ist er okay dann gibt es ja hier nichts neues raus so ja die Kisten können wir eigentlich hier lassen weil wir haben nichts mehr im Inventar zum tragen oh nein nein das sieht nicht gut aus ah scheiße oh Gott oh so